ARD Text im Auftrag von Funk Tag, da bin ich. Entschuldigung? Kennen wir Sie? Anscheinend. Wer rennt denn den ganzen Tag durch die Stadt, klingelt an Haustüren und will sich mit wildfremden Menschen über Gott unterhalten? Na? Ich verstehe nicht. Ich bin's, Gott. Und ich will, dass das aufhört. Latsche ich zu den Nachbarn rüber und frage die, Entschuldigung, können wir uns bitte mal kurz über die... Nitkowskis unterhalten? Mache ich das? Sie... Sie sind... Gott. Nein. Ich bin ein Staubsauger-Vertreter, der eine Geschlechtsumwandlung hatte und ich werde hier gleich eine Runde durch den Flur feudeln. Mann, ich bin's Gott. Das hört bitte auf, ja? Ja. Nichts für ungut, das musst du einfach mal raus. Schon gut. Ist er weg? Langsam. Hallo? Hallo. Wir sammeln für Beschiss ohne Grenzen. Hätten Sie vielleicht eine kleine Spende für uns? Naja, was machen Sie denn? Wir zeigen den Kunden an der Haustür dieses wild-zusammen- kopierte Info-Heft mit vielen Bildern von Kindern aus der dritten Welt und packen es schnell wieder weg, bevor jemand nachfragt. Oh, ist so interessant. Also, wenn Sie Interesse haben, dann können Sie hier Ihre Adresse und Bankverbindung eintragen auf unserer Unterstützerliste.